Hallo ihr Lieben da draußen an euren Monitoren und Handys. Ich hab mal was für alle Fußballfrauen und überhaupt für Fußballfans. Er steht im Tor, im Tor und ich dahinter. Hab viel Spaß ihr Lieben. Ich will schauen, ob ich das überhaupt hinkriege. So. Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Bin ich noch bei meinem Schatz auf dem Fußballplatz. Ich hab mich im Leben nie für Fußball interessiert. Aber im April, da ist es passiert. Da hat mich im Mondenschein ein junger Mann geküttzt. Und nun weiß ich, was sein Hobby ist. Sie hat sich im Leben nie aus Fußball was gemacht. Du bist süß. Aber er hat mir alles beigebracht. Ja. Wir kennen alle Fußballregeln binnen oben dran. Heute das Maskott im Fumpverein. Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter. Mag es regnen, mag es schneien. Er ist nie im Tor allein. Er steht davor, 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 davor und ich dahinter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Bin ich nah bei meinem Schatz auf dem Fußballplatz. Ich drück' ihm die Daumen, alles andere, das macht er. Jeden Gegner mag er, das Leben ist schwer. Kopfball und Elfmeter sind für ihn nur Spielerei. Denn sein guter Engel ist dabei. Tja. Hält er dann die Bombe, der regnet, er bricht ein. Träglich rote Rosen vom Verein. Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter. Mag es regnen und es schneien. Er ist nie im Tor allein. Er steht davor, davor, davor und ich dahinter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Bin ich nah bei meinem Schatz auf dem Fußballplatz. Haus. La, 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 la. Er steht davor, davor, davor und ich dahinter. Winter, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, bin ich nah bei meinem Schatz, auf dem Fußballplatz, jawohl, so ist es. Ach Gott, nee, nicht nochmal, ich wollte Schluss machen, das ist eben, wenn man live singt, ne ihr Lieben? Tschüssi, bis zum nächsten Mal, eure Lania, oder? Umidu, Küsschen. Untertitelung des ZDF, 2020